Gregor Weber 2 zu 0 gewonnen gegen Liss hier in der St. Jakob Arena. Vorher, als ich bei den Spielern stand, hat es geheissen, es sei ein sehr gutes Spiel gewesen, vielleicht sogar eines der besten. Bisher siehst du das gleich? Ja, ich glaube, die Mannschaft hat eigentlich das umgesetzt, was wir ihnen gesagt haben. Sie haben sehr diszipliniert gespielt. Wir haben Liss nicht allzu viel gegeben, 5 gegen 5. Wir haben gewusst, dass sie auch ein gutes Powerplay haben. Wir haben sehr gut Boxplay gespielt. Ich glaube, das war schlussendlich der Schlüssel gewesen, dass wir sehr kompakt gespielt haben. Und ich würde das sicher auch unterstreichen, dass es heute sicher einer der besten Spiele gewesen ist bis jetzt von uns. Liss hat sehr gut verteidigt. Ich nehme an, wegen dem ist man auch mit 0 zu 0 aus dem ersten Drittel raus. Ja, sicher auch das. Auf der anderen Seite hat der Lisser Goalie gut gehabt. Wir hatten zwei, drei Topchancen, haben wir nicht gemacht. Und wir haben gewusst, gegen Liss braucht es auch Geduld, wie sie sehr kompakt stehen, eigentlich auf Konter wartet. Und ganz wichtig ist natürlich das 1-0 gewesen. Und dass wir nachher auch das 2-0 haben können, weil da hätten sie ein bisschen auftun müssen. Und das haben sie dann auch probiert. Aber dann sind sie dann eigentlich bei uns reingelaufen. Die letzten paar Spiele sind durchaus positiv ausgefallen. Sind doch jetzt, kann man sagen, in Fahrt gekommen für diese Saison? Ja, ich meine, die Saison ist noch jung. Wir haben jetzt Ritzen Spielfangs gespielt. Aber langsam findet man sich. Und wir haben auch ab und zu machen auch eine Umstellung in der Linie hinein, damit wieder frisches Blut hineinkommt. Also nicht, dass man irgendwie zufrieden ist. Wir haben ein grosses Kader. Aber ich bin bis jetzt zufrieden mit dem Verlauf, wie es jetzt gelaufen ist. Boxplay kommt auch immer besser. Im Powerplay spielen wir auch gut. Aber vor allem, was mich freut, dass wir heute zu 0 gespielt haben. Und das ist immer ein gutes Zeichen, dass es Ihnen stimmt auch. Dankeschön vielmals fürs Vorbeigehen und dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Merci. Gleichfalls. Vielen Dank.